Servus Leute und Willkommen zu meiner zweiten Folge Phasmophobia. Ja, wir gehen heute wieder auf Geisterjagd, gemeinsam mit dem Martin. Viel Spaß. Junge, ich will... Alter, ich habe das so angeschaut, als meine Taschenlampe geflackert hat, man. Marc... Marc... Ich hoffe einfach, dass du nicht stirbst, Alter. Das ist echt schlimm, wenn einer stirbt. Ich würde mal meinen, ich nehme wieder die Kamera. Ja. Du nimmst auf jeden Fall wieder... Ich will die Taschenlampe. Ich will die Taschenlampe. Und mit TR wäre deine eigene Taschenlampe, das ist so easy. Hä? Mit T passiert nichts. Ja, da hast du dich wahrscheinlich umgestellt. Wir outplayen jetzt den Geist. Okay, ich mache auf hier. Ich habe Angst. Ich denke allein dieses Geräusch wieder. Schau dir mal das Haus an. Ich habe keinen Bock... Wer lebt hier freiwillig? Halt Real Talk, das ist ja eben... Wie ist der Geist, wie ist der Geist? Ja gut, brauchen wir jetzt erstmal nicht, oder? Ja, brauchen wir. Hast du einen Schlüssel? Nein. Er ist gelockt, natürlich. War ja auch irgendwo klar. Hier würde ich es platzieren, oder? Digga, bitte, wir müssen einfach immer zu reden, okay? Geh weg! Machst du erstmal an, oder nicht? Oh ja, stimmt. Aber place dich hier oben auf so einen Stein oder irgendwas, dass es ein wenig Sicht hat. Nicht einfach so rein auf dem Boden, oder? Okay, hab's... Warte, hier so. Okay, hab's... Hast du sie geplaced? Raus, 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 raus. Hab sie geplaced. Ah ja, hier. Da. Jetzt sind wir da. Ah. Okay, da haben wir keinen Orb schonmal. Jaja, das muss aber nicht in die Insel kommen, also müssen wir jetzt hier kurz beobachten. Ne, 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 ich glaube... Weißt du, wir machen das. Du gehst jetzt mit der Kamera rein und schaust mit der Kamera rum. Ne, ne. Und ich sag dir, wenn ein Orb da ist. Ne. Okay, er reagiert eh bloß auf Leute, die allein sind. Ist egal. Ah. Okay. Dann passt's ja. Dann ist ja gut, wenn ich da alleine reinsteppe, oder? Ich will bloß schauen, ob wir hier wirklich irgendwo Fingerabdrücke haben, aber ich sehe ja gar nichts. Ja, wir müssen wirklich ganz hoch. Hab ich eigentlich eher weniger Bock drauf. Ja, müssen wir aber, glaube ich. Darf man da überhaupt ganz hoch? Ja, darf man. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die hier am Dachboden chillt. Ja, ist das da in der Cam? Ne. Hier, hier, ist... Ich hab grad deinen Atem gesehen, oder nicht? Oh ja, freezing cold. Minus 9 Grad, minus 11 Grad. Okay, freezing cold. Das haben wir. Place mal hier die Kamera. Hast du das ausgemacht? Achso, ne, die hast du ja nicht mehr mit, oder? Videokamera. Ne, ne. Warte mal, ich droppe hier das Buch. Bleib mal kurz hier, bitte. Ich würde jetzt gleich nochmal in den Truck gehen, okay? Jo. Ist das jetzt... Ja, okay, ist richtig rum. Also, ich persönlich sehe da gar nichts drauf. Warte, wo ist denn das Geisterbuch? Das habe ich da vorne gedroppt, da auf den Teppich. Ja, ja, seht's. Steht was drin? Ne, ne, nichts. Okay, Geister auch, würde ich auch nicht sagen, oder? Ne, ist auch nichts. Ich bin jetzt ganz ehrlich mit dir, ich habe schon ein bisschen Angst gerade. Ja, eigentlich müssen wir zu zweitem Dach... Was? Lauf, 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 Bruder, lauf. Ja, eigentlich. Komm, komm, komm. Boah. Holy shit, bro. Digga. Oh shit. Du hast doch wirklich einen Aussack gemacht. Digga. Scheiß, ich fand dann, Alter. Sie hat da einfach angefangen zu lachen. Ich schwör's nicht. Digga. Also ich, da war wirklich gar nichts. Ah. No joke, Puls über 200 Grad. Digga. Sie hat da einfach gelacht, Digga. Was? Warum reagiert ihr bloß auf... Oh, holy shit. Margaret Martin, gib uns ein Zeichen. Ja, irgendwie schon, gell? Digga, das ist ultra creepy. Ich komm zurück, ich komm zurück. Hilfe. Mach mal hier EMF, mach mal hier EMF, bitte. Ja. Dieses Radio. Das ist ultra creepy. Ja, 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 voll ausschlag, voll ausschlag. Shit, shit. Rennen, rennen, rennen. Ich bin aber rennen. Ich bin aber rennen. Die kommt, die kommt, kommt. Step, 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 lauf. Scheiße, das ist die falsche Richtung. Mach nicht, ich seh nichts. Mach... Wo müssen wir raus? Das ist falsch. Hier nicht. Rechts, 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 rechts. Hier, hier, hier. Komm. Ich hab Herzschlag. Ich glaub, die unten ist da. Komm, lauf. Lauf, du schaffst es. Ich beliefe in dich. 180er Puls, 180er Puls. Ich lauf hier in Rennfahrer, der. Ja. Wobei, im Moment ist der noch nicht hinter uns. Die Tür ist zu. Die Tür ist zu. Warte, nach innen, nach innen. Alles gut. Der ist abgeschlossen, Mann. Nee. Das war's mit uns. Lass hinten raus. Wir hatten hinten auch schon mal einen Ausgang. Wo war denn nochmal? Da, da, da. Rechts, rechts, rechts. Da, genau raus. Da. Safe? Ja, ja, ja. Oh. 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 Nee, es muss Ghost-Up sein, also ist es Phantom. Ja, Phantom. Jo. Passt doch. Kamera. Buch. Hast du eingeloggt, Phantom? Warte, warte, warte. Jot, Jot, Jot. Ja, hab ich, hab ich, hab ich, hab ich. Welcome back. Es war ein Phantom, Ehre. Hm, ich weiss mal. Dieses Hihihihi. Dann wird klar. Dieses Ghost also seems to only respond to people who were alone. Okay, rein da. So, wo ist basement? Direkt zum basement. Alles im grünen Bereich bis jetzt. Einfach zum basement. Einfach zum basement. Verhofftet. Eh. Ah, okay. Ja, ich sollte vielleicht links drücken. Geht nicht. Ups. Nee, geht nicht auf. Digga, leuchte mal zur Tür. Meine Taschenlob ist weg. Die ist da durchgepackt. Die ist da durchgepackt. Hast du getroppt, oder was? Ja, und dann ist das Ding hier durch, weil ich hab Kuh, weil ich... Och. Da kann man irgendwie das Light anzwitschen. Och, hier ist Licht. Ich hab Licht. Was? Licht. Boy. Licht. Oh. Digga, hast du das grad gehört? Hast du das grad gehört? Was war da? Da war grad ein ganz weirder, so kinderähnlicher Sound. Der Wasserhahn läuft. Ja, dann lass doch mal hingehen. Und das ist wichtig. Da kriegen wir Geld für. Ja, klar. Warte mal. Hier, hier. Okay, ja, ja. Geh weg, geh weg. Ja, ist kein EMF-Reader. Geh weg jetzt. Geh doch weg. Ich bin doch ganz weg. Mann. Okay, habs. Okay, dann platzi ich hier mal. Genau. So, und jetzt ziehen wir nochmal durch. Die Tür ist zu. Die Tür ist zu, Bro. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Meine Taschenlob. Okay, Kamera, 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 Kamera. Okay, hab Kamera bereit. Ab Kamera bereit. Er steppt, er steppt, er steppt. Probier. Probier die Tür, ob die Tür aufgeht. Die Tür geht nicht auf. Links, 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 gehen wir nach links. Links! Mach vorne, mach vorne, mach vorne. Er ist da, er hat mich. Oh Gott, er sinkt. Ich bin dead, ich bin dead. Holy shit, what the fuck. Gott, Leon, kannst du bitte auf das? Gott bleiben. Ich bin leider tot. Ich hab das Vieh hier auf Kamera. Weißt du, wie gruselig das Ding aus? Find the evidence of the paranormal. I'm afraid. Ja, da liegt mein ganzes Zeug. Buch ist leer. Also er hätte ja reinschreiben müssen, wenn was ist. Ähm. Was, was, was? Warte mal. Geh mal zum Basement. Da ist die Tür offen bei mir. Aber ich weiß es nicht, ob das jetzt bloß ist. Nee, 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 nee. Ich geh da nicht runter. Nein, nee. Ja, meine Taschenlabel liegt da unten in der Ecke. Wirklich, die ist hinter der Tür. Wirklich direkt hinter der Tür. Erst mal, nee. Ganz ehrlich, ich glaube ich safe das Zeug und geh raus. Ich trau mich, da ist nicht runter. Ja, ist glaube ich besser so für euch. Ja, man denkt, also, ganz ehrlich, würdest du da jetzt runter sterben? Na, auf gar keinen Fall, what the fuck. Ja, ja, natürlich nicht. Also, warte mal. Ghostwriting hatten wir nicht. Freezing Temperance. Wir haben gar nichts. Im F-Level 5 hatten wir auch nicht. Spiritbox. Na, sagen wir mal Spiritbox war es. Fingerprints wussten wir nicht. Deswegen machen wir noch Fingerprints. Also, was machen wir jetzt? Ähm, Wraith. Ich pack meine Sachen und geh. Jawohl, das ist zu. Ich bin weg. Okay, Wraith habe ich eingetragen. Komm, gönn, gönn. Safe war mir einfach komplett falsch. Könnte halt auch sein. Es war ein Poltergeist. Ah, shit. Ja, scheiße. Ja, muss ein Bonium sein. Ja. 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 Ja.